Und damit herzlich willkommen zum Gute-Laune-Podcast, könnte man sagen. Wobei Gute-Laune kann man auch nicht sagen, wir sind leider nur zu zweit. Und damit Hallo Hauke. Hallo Micha, Grüße aus dem Norden in den Osten. Grüße zurück aus dem Osten in den Norden. Irgendwann perfektionieren wir das. Wir haben ja eine kleine Latenz dazwischen oder so. Ja, ein bisschen. Ja, da kam schon die Frage, was wir heute vorhaben. Was haben wir denn heute so alles vor? Na, wenn ich schon sage, gute Laune. Also wir haben heute sogar mal drei Themen. Und eigentlich nur gute. Und nur schöne Sachen. Ja, kann man so sehen. Ja, wie man es nimmt. Eigentlich ist es nur Positives. Update vom letzten Mal zu Alma Linux. Da gab es eine, kann man es Veränderung oder Verbesserung nennen? Auf jeden Fall haben sie jetzt einen festen Weg vor Augen. Sagen wir es mal so. Genau, also wir hatten ja letztes Mal, wie Distributionen, also Alma Linux, Rocky Linux und Oracle Linux, die ja eigentlich als Ziel hatten, Klone von den Red Hat Enterprise Linux zu sein, vorhaben, den Weg jetzt weiter zu gehen. Oder was sie da halt machen, nachdem Red Hat gesagt hat, die Quellen gehen wir nicht mehr raus für unsere Pakete oder jedenfalls noch für ein Teil. Und da gibt es verschiedene Lösungswege. Also Alma Linux hat sich jetzt dazu entschieden, dass sie von der hundertprozentigen Kompatibilität, also eins zu eins weggehen wollen. Und die wollen bloß noch A, B kompatibel sein, also zu den Binärschnittstellen noch kompatibel sein, aber sich nicht mehr auf die Version von einzelnen Softwarekomponenten festlegen lassen. Also die gehen einen anderen Weg als die anderen. Also das wäre einmal kurz so gesagt, worum der eine Punkt geht. Dann haben wir eben als weiteres noch. Ich wäre jetzt eigentlich nochmal drauf eingestiegen, aber wir können auch noch kurz. Achso, ich dachte, wir machen erst mal so ein Inhaltsverzeichnis und dann Punkt eins, Punkt zwei oder wir können auch sofort da ansteigen. Das ist auch noch. Ja gut, der hat ja gefragt, vielleicht wird dann einfach abgeschalten, weiß ich nicht. Das verraten wir doch nicht, damit ihr dranbleibt. Ja, Linux Mint hat eine neue Version rausgebracht vor kurzem. Da gehen wir nochmal kurz drüber. Und, oh Wunder, oh Wunder, so wie es die Raspberry Pi Foundation angekündigt hat, sind Raspberry Pis langsam, aber sicher mit Tendenz nach oben wirklich verfügbar zu adäquateren Preisen. Vor Krisenpreisen sind es noch nicht, aber wir gucken uns das dann mal so ein bisschen an oder sprechen drüber. Jetzt wieder zu einmal Linux zurück. Jetzt haben wir die Leute heiß gemacht oder auch nicht. Vielleicht skippen sie jetzt auch schon bei Spotify oder YouTube. Wer weiß. Genau, also ich habe mir das kurz vorhin durchgeguckt, was jetzt der aktuelle Stand ist. Also es gibt sogar von heute nochmal ein Update dazu, was sie jetzt vorhaben und die haben jetzt ein spezielles Tool dafür, um automatisierte Tests durchzuführen. Das heißt OpenQA und da werden in virtuellen Maschinen Installationen durchgeführt und dann wird ausprobiert, ob spezielle Funktionen verfügbar sind und ob das so funktioniert, wie man es erwartet. Und das gab es zwar vorher schon, aber das wurde jetzt auf einmal Linux portiert, angepasst, sodass man es da auch nutzen kann. Und damit wollen sie gucken, ob diese Binär-Schnittstellen zwischen den einzelnen Programmen so funktionieren, dass das genauso funktioniert wie unter dem Red Hat Enterprise Linux. Das ist jetzt das Neueste von heute. Und das klingt ja eigentlich irgendwie ganz positiv. Also sie haben einen Weg für sich entdeckt, wie man das umsetzen kann. Also nicht mehr die 1 zu 1, also diese 1 zu 1 Klon-Mentalität von vorher, sondern die Kompatibilität wird an eine andere Stelle geknüpft. Und das könnte also ein guter Weg sein, der auch mehr Freiheitsgrade eröffnet, als es vorher gewesen ist. Ja, wie ich schon gesagt habe, die haben jetzt wirklich den Weg vor Augen und also der ist definitiv bestreitbar. Und wo der hinführt, werden wir sehen. Also es reicht ja aus, sag ich mal, in dem Sinne. Man muss ja nicht ein 1 zu 1 Klon sein, wenn man dann trotzdem binär kompatibel ist zu den Schnittstellen. Und das bin ich völlig fein mit. Wenn Red Hat nicht mit denen will, es gibt Möglichkeiten. Also vielleicht ist gerade diese zusätzliche Freiheit auch, macht das Ganze ja vielleicht noch ein bisschen frischer oder so. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine positive Richtung hat, weil da einfach ein bisschen mehr möglich ist, das vielleicht auch an so einem Almar-Linux-Weg so ein bisschen anzupassen. Und ja, also dass man trotzdem die Software, die speziell für Red Hat Enterprise Linux gebaut wird und die es halt voraussetzt, dass man die nutzen kann, aber dann vielleicht ein Tick frischeres System hat, könnte vielleicht dabei rauskommen. Dass man quasi so ein, ah nee, sowas gab es in der Form noch gar nicht. Das ist so ein bisschen, als würde man sich, nee, einzelne Pakete aus dem Debian Testing ziehen auf dem Stable, ist auch Quatsch. Aber ich denke mal, du weißt, wo ich beschreibungstechnisch hin möchte. Du hast einen stabilen Unterbau, hast aber die Möglichkeit, wirklich aktuellere Sachen zu nutzen. Ja. Ja. Also das wird sich zeigen. Also ich finde das auch sehr interessant von Almar-Linux. Also Rocky Linux hat sich ja unverändert darauf eingeschossen, quasi das von Red Hat auf anderem Weg zu kopieren. Hm, genau. Almar-Linux. Wie gesagt, also es ist eine komplett neue Möglichkeit, die ich eigentlich, ja, nur befürworten kann, weil es komplett, ja, was Neues und Offen ist. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Also vielleicht in einem Jahr können wir das auch insgesamt besser beurteilen, was dabei rausgekommen ist. Auch im Vergleich zu den anderen Wegen. Also bei Oracle Linux weiß man es ja noch nicht, was da wirklich rauskommen wird. Aber vielleicht Unterschiede zu dem Rocky Linux, wie die sich vielleicht in einzelnen Problemstellungen denn nachher schlagen. Also das Einzige, wo ich es wirklich in meinem Projekt gebraucht habe, ist FreeIPA. Ob das unter dem Almar-Linux in einem Jahr vielleicht genauso gut läuft oder vielleicht sogar besser läuft, weil es denn vielleicht einen Tick mehr kann. Also einmal alle Versprechen von der offiziellen Version erfüllt und vielleicht noch was obendrauf setzt. Also vielleicht ist es dann durchaus das bessere Produkt. Kann natürlich sein. Aber dafür ist es noch zu frisch insgesamt. Ich weiß gar nicht, wann die überhaupt die erste Version mit dieser neuen Ausrichtung rausbringen wollen. Dazu habe ich jetzt noch nichts gefunden. Das können wir, glaube ich, nur abwarten. Genau, also müssen wir halt warten, was da rauskommt und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, aber das ist definitiv eine positive Entwicklung. Also ich zelebriere sowas. Also das ist ja mal wieder komplett wieder ein neues Tor geöffnet und mal sehen, wohin die Reiseite geht. Also das finde ich spannend. Also alleine schon die Entscheidung und ja, diesen Weg zu bestreiten ist hochinteressant. Vielleicht sind ja nächstes Jahr alle Almar-Linux-Nutzer. Genau, das kann natürlich sein. Ich wollte gerade das anders formulieren. Also wir können uns relativ entspannt zurücklehnen, weil das nicht eine Distribution ist, die wir jetzt unbedingt für unsere Produktivumgebung brauchen oder an der unser Herz irgendwie hängt. Ist jedenfalls bei mir so und ich meine, bei dir ist es doch auch so, oder? Ja, aber wer weiß, was daraus wächst. Also ich kann ja nur für mich sprechen. PopOS ist ja nur so eine Light-Version, sage ich mal, von der Machart her. PopOS nimmt ja als Basis Ubuntu. PopOS oder System76, die Firma und die Entwickler, die dahinter stehen, tun aber deutlich neuere Körnel und neuere Grafiktreiber zum Beispiel bereitstellen, als dass es der Unterbau, also nicht der Unterbau, die Basis Distribution bereitstellt. Das ist der große Vorteil, warum ich gerade bei PopOS bin und vermutlich noch bleiben werde. Und das ist ja so ein bisschen so eine Light-Geschichte. Es ist komplett kompatibel, nur eben mit so ein bisschen Zuckerguss obendrauf. Ja, der Zuckerguss macht es manchmal deutlich besser, auch wenn er leicht ungesund ist. Naja, in Mengen. Ja, genau. Da ist es doch das Problem. Wohl wahr, wohl wahr. Ne, wie gesagt, also ich bin gespannt und wir werden sehen, wo die Reise dahin geht. Ich hoffe nur, dass die da einen gewissen Erfolg haben. Also das wäre jetzt echt schade, wenn sie schon so einen, in Anführungszeichen, revolutionären Weg gehen. Ja, das war jetzt leider auch im Stream. Das hat der Filter jetzt nicht mehr rausgekriegt. Das ist live. Ja, das ist... Mit allem, was dazugehört. Wenn man neben einer Rennstrecke wohnt. Muss man sich auch erstmal leisten können. Ja. Wo hat er mich jetzt unterbrochen, dieser Rabauke? Es wäre schade, wenn sie so viel Innovation und Aufwand da reinstecken und das dann wirklich, leider Gottes scheitert. Also das wünsche ich dir nicht und ich gehe auch nicht davon aus. Aber den Standpunkt wollte ich wenigstens mal kurz festhalten. Also Alternativen sind ja insgesamt immer eine feine Sache. Und wenn sich das positiv fortentwickelt, ja, sehr gerne. Also vielleicht bildet sich ja für mich in Zukunft auch die eine oder andere Möglichkeit, wo ich sowas wirklich mal brauche. Ist im Moment halt nicht so, aber das kann sich ja wirklich schnell ändern. Also von daher ist es gut, dass man nicht nur eins hat, sondern dass man Rocky Linux, Einmal Linux und vielleicht auch noch dieses Oracle Linux da hat. Also Alternativen und Möglichkeiten sind immer besser zu haben, als sie nicht zu haben. Genau. Dann ist das, dann ist das ausgekaut, das Thema. Genau, genau. Würde ich jetzt sagen. Ein Haken machen wir an der Stelle. Haben wir gehabt. Was machen wir als nächstes? Also hätte ich, hätte ich eine gute Überleitung gemacht, hätte ich gesagt, wo wir gerade beim Festhalten waren, halte ich fest, Linux Mint hat eine neue Version rausgebracht. Bin ich aber nicht. Deswegen nachdenken wir das nicht. Deswegen sage ich einfach, dass Linux Mint hat eine neue Version rausgebracht vor kurzem. Oh. 21.2. Die war ja bis vor kurzem noch in der Beta und ist, ich glaube, letzte Woche jetzt final released worden. Ist genau so ein Genre-Thema. Schade, dass er nicht da ist. Das stimmt. Also da könnte er bestimmt auch mehr zu sagen. Denn, also ich habe das mal so quer gelesen, was da so an neuen Features kann man ja eigentlich gar nicht sagen, aber von kleinen Änderungen drin ist. Und das liest sich eigentlich relativ überschaubar. Also das, nicht so viel hervorstechen ist mit bei. Neue Hintergrundbilder, also die Optik hat sich irgendwie ein bisschen geändert und hier und da wurde ein bisschen an der Oberfläche aber ganz, ganz wenig dran rumgefeilt. Und, ähm, naja. Da muss ja nicht. Das meiste war ja quasi Softwarepflege und unter der Haube. Genau, ja. Also es ist, ähm, genau. Also so ein, so ein, weiß ich das, Pflege-Update? Ne. Was sagt man denn dazu? Also kein Feature-Update, sondern ein... Versions-Update. Produktpflege, sagt man doch. Oder Produktpflege. Ja, also... Aber nichtsdestotrotz, also gab es schon wieder interessante Sachen. Jetzt bin ich aktiv kein Linux Mint-User mehr. Aber Linux Mint ist ja mit einer noch der besten, sag ich mal, Einstiegsdistributionen. Aufgrund des stabilen Unterbaus und einfach das, was einem an die Hand gegeben wird als, ähm, Anfänger, ist eigentlich unschlagbar. Und funktioniert eigentlich genauso gut wie jede andere Distribution auch. Nur eben, dass es ein bisschen mehr Zuckerguss, da sind wir wieder an der Stelle, äh, für, äh, Neuensteiger bietet. Was ja nicht verkehrt ist, ähm, ich, ich finde ja immer schön, ähm, wenn der Einstieg in Linux, ähm, ja, so angenehm wie möglich gestaltet wird. Und da ist Linux Mint immer noch, ähm, für mich der de facto Standard. Für mich gibt's gerade nicht wirklich eine bessere Distribution, die einen so an die Hand nimmt. Außer MX Linux, aber das find ich komisch. Und das ist auch nicht gerade Thema. Okay. Es ist besser, aber irgendwie komisch. Okay. Ja, das, also wie gesagt, die, die, die Desktop, ähm, Aufteilung, das muss man mögen. Aber das ist nicht Thema. Das, ja. Haben aber auch coole Tools. Genauso coole Tools wie eben Linux Mint. Und, also, Wapinator hat nochmal ein richtiges Update bekommen. Look and Feel, wie ich hier so gerade durchscrolle. Es gibt jetzt ganz schöne, äh, Icons. In, in Farbe und Bunt. Mhm. Mix, die, die, die Build-App wurde mal, äh, softwareseitig aktualisiert. Und das war ja auch nur ein Fork von G-Fump. Und dementsprechend, da waren schon ein paar interessante Sachen. Äh, mit 1, 2, 3, 4. Ja, dann, das ist, jetzt, jetzt geht's schon los. Scrollen und dabei reden ist nicht gut. Das geht nicht. Ähm. Software Manager hat auch nochmal ein schönes Update bekommen. Ähm, so, überarbeitungstechnisch. Und was man halt noch sagen muss dazu. Ähm, Linux Mint ist ja bewusst, haben sie sich ja gegen Snap-Pakete entschieden. Und dafür, ähm, Netpack als, ähm, Container Applikationslösung, ähm, implementiert. Ähnlich wie, ja, wie heißt's, PopOS. Aber, ja, also, es ist letztendlich eine runde Sache. Also, war's vorher schon, ist es jetzt auch. Genau. Gerade für den Ansteigerbereich. Mhm. Aber ich denk mal, der Genre wird dahingehend, äh, es sich definitiv nicht nehmen lassen, dort nochmal ein besonderes Video zu machen. Was aber auch, äh, noch als, als Feature angeboten wird, Cinnamon 5.8. Jetzt bin ich aus dem Cinnamon-Desktop sehr, sehr lange raus. Ist das jetzt die neueste Version? Kannst mal bitte jemand reinschreiben, ob 5.8 jetzt die aktuellste Version ist? Ich vermute mal. Also, ich glaub, das ist das größte neue Feature, dass, ähm, der Cinnamon-Desktop aktualisiert wurde. Also, ich hab gerade mal Wikipedia aufgemacht. Ähm, welche Version von Cinnamon haben Sie? Genau. Äh, 5.8 wird reingeschrieben. 5.8. Äh, also bei Wikipedia steht, 5.8.4 wäre das aktuellste. Und da kann sich das ja eventuell noch unterscheiden. Aber da ist ja quasi die Haus- und Hof-Distribution von Linux Mint ist, äh, Desktop ist, ähm, wird es wahrscheinlich schon das aktuellste sein. Alles andere wäre irgendwie komisch. Am 7. Juli ist diese Version von Cinnamon rausgekommen. Dann könnte das ja wirklich die auch sein. Haben wir denn zufällig jemanden mit Linux Mint und Cinnamon-Desktop unter den Zuschauern? Vielleicht kann der uns genaue Antwort geben. Ich hab leider kein, äh, Linux Mint-System gerade da. Aber ich fand's halt von Anfang an eigentlich ein schöner Desktop, wenn man von Windows gekommen ist. Inzwischen hat sich mein Workflow komplett verändert, dass ich mit diesem, ich sag mal, klassischen, ähm, ähm, ja, wie kann man's sagen, Taskleiste unten Desktop, äh, nicht mehr so effizient bin, wie's, wie's mal war. Also dementsprechend. Für mich aktuell nichts mehr, aber trotzdem wunderbare Distribution. Und läuft ja auch, äh, wirklich gut und stabil. Genau, genau. Ja. Also nichtsdestotrotz, also, äh, ich empfehle's immer Anfängern noch. Oder gerade deswegen. Hast du noch jemand, äh, so einen Anfänger-Distributionstipp? Ähm, also ich würde es eigentlich auch immer sagen, also, äh, wenn man wirklich nicht weiß, was man nehmen soll, würde ich sagen, Linux Mint ist, äh, eine gute Wahl. Ähm, einmal auch wegen der Verbreitung, Ähm, weil es einen Unterbau von, äh, Ubuntu hat, also Problemlösungen von Ubuntu lassen sich ja meistens eins zu eins übertragen. Und es ist kein Projekt, was von heute, äh, auf morgen eingestellt wird. Also von daher, denke ich mal, ist das immer eine ganz gute Wahl. Und an, und die Zusammenstellung ist relativ stimmig, was das angeht. Und das läuft ja, ähm, quasi, äh, auf, auf jedem System irgendwie. Also, die sind relativ aktuell, was, ähm, die Hardware-Unterstützung angeht. Also von daher, das wäre das, was ich auch immer empfehlen würde, wenn es für jemanden ist, der, ähm, vielleicht nicht so technisch versiert ist und irgendwie wirklich anfängt. Also von daher, muss ich da jetzt aktuell auch nichts Besseres. Ne, sind wir uns ja an der Stelle einig. Also, genau, genau. Wer, äh, Linux ausprobieren möchte, dem empfehle ich, äh, Linux Mint. Genau. Es sei denn, der Typ ist komisch, dann vielleicht MX. Aber auch nur, weil ich es komisch finde. Dann musst du so eine Abfrage machen. Wie komisch bist du? Ja. Bist du eher so der MX-Typ oder bist du eher so der Garuda-Typ? Oder was gibt's da für, für andere Sachen noch? Oh Gott. Äh. Man kann ja mal so, so einen Intelligenztest machen. Äh, irgendwie in so ein Formular, bitte Fortnite-ID hier einfügen und jeder, der seine Fortnite-ID reinschreibt, der kriegt Garuda. Nichts anderes verdient. Ja. Also, dementsprechend. Nee, also, ja, also, weiß ich nicht. Linux Mint ist eigentlich unumstritten die, ich probier mal Linux aus, Distro. Ja. Ja. Also, es ist ja auch so wunderbar unaufgeregt, auch eher hier mit diesem Update. Also, eigentlich kann man da auch nicht wirklich viel zu sagen. Also, so ein bisschen hier und da mal gemacht, mehr ist irgendwie auch gar nicht nötig. Also, das ist eigentlich immer eine feine Sache. Also, wenn die jetzt von einer auf die andere Version ganz viel umschmeißen, weil da irgendwas nicht funktioniert hat, aus verschiedenen Gründen, das ist ja eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Von daher, minimale Änderung, weil mehr einfach nicht wirklich nötig ist. Das ist doch eigentlich immer gut. Gerade auch für Anfänger oder auch für Leute, die also nicht unbedingt Lust haben, jeden Tag da ein kleines Abenteuer zu erleben. Also, ich bin ja auch so jemand, das ist einfach ein Werkzeug. Also, ich benutze normalerweise kein Linux Mint, aber das sind halt Werkzeuge für mich, die sollen halt funktionieren. Also, ich will nicht jeden Tag irgendwelche Sachen da ausbügeln müssen, weil die Distribution meint, jetzt wieder die neueste Version von irgendwas da rein zu klatschen. Ich nehme auch gerne ältere Versionen von Software, wenn die gut getestet ist und einfach rund läuft. Und ja, für sowas, also letztendlich eine Distribution, die eigentlich für jeden irgendwie ganz gut passt, wie auch im Chat steht. nicht nur für Anfänger, auch für Fortgeschritten. Ja, deswegen, also das ist und bleibt hoffentlich auch lange noch ein rundes Produkt. Also, dementsprechend. Also, ich finde es super. Dementsprechend wollte ich es hier mal angesprochen haben. Gab was Neues. Ich denke mal, der Jean wird hier gesondert nochmal wirklich was machen auf seinem Kanal. Da sind dann, definitiv mehr Details, aber ich möchte es nicht unangesprochen lassen. Genau. Gut. Das Fummel hatte ich auch bei Arch satt. Naja. Arch ist nun mal sehr viel gefummelt, wenn man das so möchte. Genau. Also, kommt aber drauf an, was ihr vorhabt. Hat alles irgendwie so seine Daseinsberechtigung und, ja. Im Prinzip her würde ich an dem Thema jetzt auch erstmal einen Haken machen, oder? Gibt es da noch irgendwas zu? Nö. Also, definitiv nicht. Bin von Rohling zurückgekommen. Ja. Ich erzähl mal lieber nicht, dass ich hier ein Notebook zu laufen habe, gerade aktuell mit dem Arch Linux, aus anderen Gründen. Aus anderen Gründen. Ich hab's nämlich endlich mal geschafft, einen Tiling Window Manager, nämlich Hyperlens zu installieren. Man muss es wirklich auf physischen Maschinen machen, weil manch eine Virtualisierung echt mit den Grafikbeschleunigung Probleme hat. Jetzt konnte ich endlich mal Hyperlens so ein bisschen für mich ausprobieren. So ein Tiling Window Manager. Was soll ich euch mal sagen? Ich bin so froh, dass ich bei PopOS gelandet bin. Da kann man sich wirklich on the fly entscheiden. Klassischer Desktop oder so ein Pseudo-Tiling-Window-Manager. Es ist schon ein tolles Feature. Ein Pseudo-Tiling-Manager. Nein, die PopShell kann man quasi in diesen Tiling-Window-Modus Okay. Umschalten. Dass man wirklich alles, was man geöffnet hat, auch alles irgendwie zu gleichen Teilen angeordnet hat auf dem Desktop. Gerade wenn man stark fokussiert mit mehreren Anwendungen arbeiten muss, ist das Gold wert. Also ab und zu benutze ich's dann doch. Beziehungsweise ich hab's gelernt zu benutzen und wertzuschätzen für genau solche Sachen. Muss man sich wenigstens keine Gedanken mehr machen. Mit, wo schiebe ich das Fenster hin? Soll jetzt aber jetzt nicht nicht Thema sein, aber weil's gerade geschrieben wird. Ja, Hyperland geht jetzt. Das Notebook läuft damit. Hm. Ist auch ganz schön anzusehen, aber eigentlich braucht man's. Ich werd noch mal irgendwann ein bisschen damit rum experimentieren. Und dann sehen wir weiter. Das Update kommt. Irgendwann. Da gibt's dann bestimmt bei dir mal ein Stream zu, oder? Ja, da muss ich nur gucken, wie ich's dann halt quasi gestreamt bekomme. Ja, das stimmt. Dass ich dann den Desktop irgendwie... Das klingt nach ein Zukunfts- nicht nach einem Jetzt-Problem. Hm, okay. Hm. So. Ja, auf einem Vanilla-Arch und mit der Antwort würde ich ganz gerne zu den Raspberry Pies gehen wollen. Jo, wunderbar. Hab ich nichts gegen. Genau. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie alt die Information war. Ich glaube, März... März, April diesen Jahres hat ja die Raspberry Pi Foundation angekündigt, dass die durch die Chip-Krise, Corona-Krise an ihren Ketten oder Produktionsketten gearbeitet haben und dass die Raspberry Pis, die ja habt ihr ja garantiert alle mitgekriegt, ähm, entweder nicht verfügbar waren und wenn sie verfügbar waren, dann zu absurd utopisch hohen Preisen. Ähm. Wo man sich so gedacht hat, Raspberry Pi, äh, 4 mit 8 Gigabyte oder auf die andere Niere verzichten. Also, die Entscheidung war ja auch, also, das war ja absurd teilweise, was da für Preise gefahren wurden. Und, oh Wunder, oh Wunder, angekündigt war es, Verfügbarkeit soll sich verbessern im zweiten Halbjahr und es ist nachvollziehbar so. Ich mache das ganz gerne immer über diesen rpilocator.com. Da sind jetzt die letzten Tage wirklich peu a peu mehr dazugekommen und die sind auch stabil verfügbar. Das ist ja wichtig, dass da immer mal ein paar verfügbar sind, ist das eine, aber dass die quasi auch verfügbar bleiben, ist das andere. Und da sieht man jetzt auch langsam, aber sicher wieder eine Preisentwicklung in eine Richtung, die, die wieder quasi neue Projekte möglich macht. Da hat man Bock wieder, sich mal wieder ein Gerät zu holen und damit irgendwas zu experimentieren. Das stimmt. Naja, ich gucke gerade mal, was es da so gibt. Also, ja, das Niveau von vor Corona haben wir quasi noch nicht erreicht. Das wird noch ein bisschen dauern, ja. Ich versuche gerade mal, ich habe mir davor so einen Raspberry Pi 4 mit 4 GB mal gekauft. Also, ich weiß auch nicht mehr, was der damals gekostet hat. Aber ich versuche den überhaupt da mal wieder zu finden, wo der jetzt so liegt. Ich kann ja nebenbei meine Erfahrung. kann ja nebenbei meine Erfahrung. Ich habe ja ganz kurz vor Corona noch für meine Open Media Vault NAS, die ich hier mit zu stehen habe, als Backup NAS, mir den mit 8 GB gekauft für knapp um die 80 Euro. Wenn ich das jetzt so vergleiche, da sind wir so bei 95 Euro 75 Euro US-Dollar 98 Euro. Es geht so langsam, aber sicher, man kriegt sie wieder. Preise sind okay. Ich ein bisschen höher werden sie ja sein, aber die gehen auch garantiert noch einen Ticken nach unten. Wir wissen ja, Angebot, Nachfrage. Dementsprechend und ich glaube, so der 4 GB immer so um die 60 Euro. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie habe ich den so auf 60 Euro so im Schnitt. also kriegst du jetzt so um die 70. Also dementsprechend endlich wieder Bastelzeiten, wenn nicht Sommer wäre. Aber jetzt kaufen, damit man im Winter was zu tun hat. Oder auf den Winter warten und dann zu Weihnachten. Aber ich finde es halt gut, warum ich es mit reingenommen habe. Erstens so als informative Geschichte. Andererseits eben erst die Raspberry Pi Foundation, von der ich eigentlich recht enttäuscht war, dass das sich so entwickelt hat, trotzdem was gemacht hat und es trägt langsam Früchte. Es ist quasi, sie haben abgeliefert und zwar das, was sie versprochen haben. Auch wenn die ganze Produktionskette theoretisch eigentlich nicht hätte zusammenbrechen müssen. Da hat halt irgendjemand irgendwo nicht aufgepasst. 50 Euro für ein Raspberry Pi mit 4 Gigabyte. Hm. Kann auch sein. Nicht schlecht. Also ich denke mal so um die 55 wird er sich vermutlich einordnen. Ein bisschen mehr kostet ja alles inzwischen. dementsprechend hast du schon hast du schon Gedanken Quatsch, nicht Gedanken Projekte, die du jetzt endlich umsetzen kannst wie ja mit Raspberry Pis. Also wenn ich jetzt sage, dass ich einen rumliegen habe, den ich aktiv eigentlich nicht benutze und auch so ein Raspberry Pi P400 klingt das irgendwie so so ein bisschen wie soll man das sagen? Also es liegt rum, aber ich benutze es halt nicht. Weil also ich dachte mir glaube ich zu dem Zeitpunkt, naja es ist ja vielleicht eine ganz nette Idee kann man im Moment so kaufen und man weiß vielleicht brauchst du es irgendwann mal. Ja, aber so wirklich brauche ich es nicht. Ich habe zu dem P400 mal ein Video gemacht und ein paar Sachen mit ausprobiert. Oder wie viel habe ich damit gemacht? Das waren noch ein paar mehr, also Vorstellung habe ich gesehen und ich habe noch das Ding im Kopf, wo du drauf virtualisiert hast. Dann hast du noch zwei, drei andere Sachen garantiert mitgemacht. Stimmt. Also mindestens zwei. Genau und ich dachte mir, dass ich vielleicht das Ding nochmal wieder rauskrame und nochmal was zu Debian 12 mache. Also man kann Debian 12 ja direkt drauf installieren. Da gibt es ja also die ARM64 Portierung. Man braucht ja nicht dieses Raspberry Pi OS und dass ich mir das einfach mal angucke, mache ich vielleicht nochmal ein Video zu oder auch nicht, ich weiß es noch nicht. Ist es da genauso einfach, indem man sich das ISO runterlädt und das ISO einfach auf die SD-Karte flasht oder? Genau, ja. Okay. Ja, das ist genauso. Also alles, was ich damit probiert habe, hat auch so funktioniert, das macht so einen, dass da vielleicht irgendwelche speziellen Anpassungen, die dieses Raspberry Pi OS macht, nicht mit dabei sind. Die haben ja diese Mods da drin, also Modifikationen, die da irgendwie so der Reihe nach geladen werden oder so irgendwas, das ist vielleicht nicht unbedingt da drin, aber das, was ich damit gemacht habe, mit dem Debian 11, die Virtualisierung auch mit LXC und so weiter, das hat gut darauf schon funktioniert und ich denke mal eh nicht wird das auch mit dem Zweuer sein, dass es alles eigentlich sehr reibungslos läuft. Ja, kann ich mir vorstellen, also genau. Ich habe übrigens auch einen Raspberry Pi mit 4 GB hier rumliegen, wirklich rumliegen. der wartet und schlummert eigentlich auf etwas, eigentlich habe ich mir den gekauft, der war in der Nass drin, dann dachte ich mir, ach, mit der Nass hast du einiges vor, da wäre mir Arbeitsspeicher gar nicht mal so verkehrt, dann hatte ich mal Geld für einen mit 8 GB über, habe den Gott sei Dank noch zu einem echt guten Preis bekommen, bevor sie nicht mehr verfügbar waren und jetzt liegt der halt hier rum und wartet eigentlich auf zwei Raspberry Pi Zero Zwei Ws, damit ich damit eigentlich mal ein Cluster bauen wollen würde, das hat mir aber relativ lange gedauert, dementsprechend habe ich ja vor geraumer Zeit angefangen, dort mal einen mit virtuellen Maschinen nachzubasteln und habe den auch schon erfolgreich kaputt gekriegt und noch nicht wieder repariert bekommen. Das klingt auch nach einem Zukunftsproblem und nicht nach einem Gegenwartsproblem. Ja, man muss ja immer noch was vorhaben. Wäre ja auch schade, wenn das alles einfach mal so funktionieren würde. Ja, aber so ein Raspberry Pi Zero Zwo W Ich kann mir den Namen immer nicht mehr sagen. Also ich finde die Dinger sehr beeindruckend, weil die durch dieses Zweier-Update nochmal ordentlich Power bekommen haben. Rechenpower zwar nicht nicht wirklich mehr RAM, was vielleicht ein bisschen schade ist, aber vielleicht kommt da der Dreier irgendwann mit einem Gigabyte raus. Das wäre auch sehr interessant. Die sind dann also noch bei 512 MB? Ja. Genau. Also es ist schon relativ knapp für viele Sachen. Ja, oder es kommt drauf an, was du vorhast. Richtig. Ja. Wir haben ja so eine Emulationsstation draus gebaut. Das geht recht gut bis zur Playstation 1 und da nicht alle Titel, aber selbst das kriegt er gut hin. Wie gesagt, manche Titel. Also da reicht er definitiv aus. Das war mal so ein Bastelprojekt, da habe ich mir so eine alte Nintendo Cartridge genommen. Oh Quatsch, keine alte, ich habe mir eine neue Blanke geholt und da ein bisschen was zurecht gebastelt und jetzt sieht das alles sehr, sehr stimmig aus. Dann sogar noch ein, ja, dann braucht man sogar noch einen richtig speziellen USB-Hub dazu, dass man über den Hub quasi das komplette Gerät speisen kann von außen, plus eben, dass der Hub dann noch als Hub funktioniert. Und da gibt es nur zwei, drei, die das können, die sogar noch demontierbar sind, damit das alles dort reinpasst. Das hatte ich mal für das Büro für ganz, ganz schlechte Zeiten gebaut und dann kam Corona und dann kamen die schlechten Zeiten so nicht. Die waren dann anders schlecht. Ja. Ja, und eben, wenn ich dann den Cluster gebaut habe, da würde ich jetzt die Brücke zu Ende schlagen, man da wirklich mit diesen Zeros echt noch andere Sachen, schöne Sachen machen. Die kann man auch verbasteln, die sind so schön, klein und handlich. Wir haben eh nur WLAN, also dementsprechend ist denen fast egal, wo du die reinsteckst. Stimmt. Und wenn die wieder als Überwachungskamera dienen. Den Vorgänger habe ich nämlich an Arbeitskollegen gegeben. Ich habe ein bisschen mit Überwachungskamera Software und einem Raspberry Pi Zero 1 bei mir so ein bisschen rumexperimentiert, war dann mit meinen Experimenten fertig, habe meine Schlüsse gezogen, fand ich alles ganz interessant und dann habe ich das Ding halt nicht mehr gebraucht. Das Ding war aber fertig eingerichtet, dass du wirklich, damals war es noch MotionEye, mit was ich mich da befasst habe, benutzbar war. Mein Arbeitskollege, der hat im Keller seine Heizungsanlagen und ab und zu macht die mal komische Sachen und statt jetzt immer in seinen Keller runter zu müssen, guckt er kurz auf den Monitor, was zeigt der Heizung an, alles klar, jetzt muss ich runter. Hat er da wieder sein Leben bekommen, aber war dann doch ganz nützlich und irgendwas, wenn wir dann auch wieder aus diesem Pi Zero W W2 Zero Zero W2 machen. Ich finde den Namen unmöglich. Pi Zero Zwo W W2 Zero WC Zwei Zero Ja, irgendwie so. Wie gesagt, auf die bin ich am meisten gespannt. Um die 20 Euro ist schon ein guter Preis, sage ich mal. Leider noch nicht in deutschen Shops eigentlich, aber wie gesagt, die Tendenz steigt eigentlich von Mal zu Mal an. Also als ich mich das letzte Mal damit befasst habe, das war am Dienstag irgendwie knapp eine Stunde bevor wir den Vertretungsstream auf Linux Guides hatten. Auf Linie Man merkt, das ist die achte Stunde. Auf dem Raspberry Pi Locator so knapp die erste Seite komplett grün und heute zwei Tage später die erste Seite komplett grün und von der zweiten Seite noch so ein knappes Viertel oder Drittel. Also es ist definitiv ein Aufwärtstrend. Wir können uns also wieder unsere Projekte raussuchen, wenn wir das möchten. Sehr schön, sehr schön. Ja, und vielleicht kommt ja auch irgendwann die nächste Generation, Raspberry Pi 5, aber ich glaube dazu gibt es noch überhaupt nichts, oder? Ich glaube gar nicht. Ich glaube wirklich noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob Corona oder die Corona-Pandemie den Lebenszyklus des Raspberry Pi 4 ungewollt verlängert hat. Dadurch, dass es ja quasi so eine zwei bis dreijährige Zwangspause gab, sage ich mal. Gefühlt würde ich sagen, ja. Vom Fünfer gibt es nur Mythen und Märchen. Keine Ahnung, also da ist noch nichts fest. Also zumindest habe ich nichts gesehen. Du wirst auch nichts haben, oder? Nee, also ich habe dazu nichts. Ja, also wäre vielleicht so, also wenn wir jetzt keinen Corona dazwischen gehabt hätten, mal wieder so langsam an der Zeit, dass es was Neues geben würde, müsste, aber ist ja eigentlich auch nicht. Das ist wiederum das Nehste. Braucht man das? Normalerweise. Braucht der Vierer ein Upgrade? CPU macht alles mit, RAM gibt es inzwischen mehr als ein Gigabyte, Gigabit Ethernet und USB 3. Ein bisschen stärkerer Prozessor, vielleicht USB 3.1, aber mehr würde jetzt Schluss. Ah ja gut, das oder gleiche M2 oder 2M. Da gibt es ja M.2, M2. Also man kann es ja immer weiter ausrollen, wenn man das möchte. Bei anderen Systemen gibt es das ja, die auch auf Arm-Basis sind und so ein inniges Format haben. Die haben ja durchaus andere interessante Feature, aber ja, ob sich das denn nachher lohnt? Wer weiß. Ja gut. Aber so ein SATA-Anschluss hatte zum Beispiel so ein Banana-Pie von Anfang an. Hat ihm auch nicht viel genutzt. Hat sie nicht durchgesetzt. Die Software war relativ schlecht, oder? Die wurde schlecht supportet, also ich glaube, das hatte ich dir schon mal abseits so ein bisschen erzählt. die eigentlichen Banana-Pie Distributoren oder Hersteller haben eigene Distributionen nur so zwei, drei Jahre gepflegt und dann lag das einfach brach. Dann habe ich Arm-Bieren entdeckt, das funktioniert heute noch drauf, aber jetzt habe ich keine Verwendung mehr für den. Hm. Ja, okay. Man muss auch sagen, der SATA-Anschluss geht mit über diesen USB 2.0 Schnittstelle, dass nur weil es ein SATA-Anschluss ist, ist es leider nicht die volle SATA-Schwindigkeit, also das musste ich dann auch rausfinden auf die harte Tour. Ja. Geht irgendwie, aber eben bloß irgendwie. Ja, aber es ist ja schön, dass es geht. Genau. Gibt ja immer einen, der deine Arbeit kopiert. Ob es nun besser ist oder nicht, das weiß man immer erst hinterher. Das stimmt. Ja, also da bin ich gespannt. Gibt's denn von unseren Live-Zuschauern jemanden, der sich darauf freut, dass es Raspberry Pis gibt und schon quasi ja quasi schon Projekte in der Pipeline hat. Juckt's euch unter den Fingernägeln. das wäre für mich interessant. Ich muss auch irgendwo mal diesen Banana-Peir raussuchen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo der hingekommen ist. Ich weiß, dass ich noch habe, aber in welchen dieser mannigfaltigen Kisten, das weiß ich bis heute nicht mehr. Das wäre doch mal ein Projekt für den Livestream. Da suchst du live. So wie Ostereier suchen, bloß mit Bananen und Kuchen. Genau. Der Oma hat die, die er hat, mit denen ist er zufrieden. Hätte ja sein können. Hätte ja wirklich sein können, euch brennt was unter den Nägeln oder ihr kriegt die Dinger nicht ran. Naja, brauchen nicht wirklich, aber haben ist besser als brauchen und wegschmeißen beziehungsweise auf Ebay Kleinanzeigen weiterverkaufen kann man es immer noch. Also mit dem haben ist besser als brauchen, das habe ich mir bei dem ersten auch immer gedacht. Also den Raspberry Pi 1, den gab es ja in der Urversion bloß mit 256 MB RAM und dann gab es ja irgendwann später den mit 512 und von der Sorte habe ich immer mal wieder einen mitbestellt, weil ich mir dachte, sowas kommt bestimmt nie wieder, vielleicht ja noch mal einen aufs Lager, falls mal einer kaputt geht, dann hast du noch einen Ersatz und ja, dann kam ja doch neuere Versionen davon, der 2er oder 3er kam dann ja und jetzt der 4er halt und dann irgendwann kriegte ich auch mal welche quasi so abgegeben, ich habe noch einen rumliegen, ich brauche den ja nicht, willst du den haben, habe ich gesagt, ja klar, gib her und jetzt habe ich hier so ein paar mehr rumliegen von dem 1er und ja, also die liegen halt auch eher rum, ich dachte, ich mache aus dem einen noch mal einen, was wollte ich damit machen, so ein WLAN-Gerät schmeiße ich irgendwo hin und das soll nur Ton abspielen, um Marder zu verschrecken oder so und darf ich das WLAN nicht mit hingekriegt also irgendwie hat das mit dem Stick nicht funktioniert also als Access Point funktioniert der Stick aber nicht als WLAN klein keine Ahnung paar mal ausprobiert und irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen obwohl das habe ich mit dem Debian 12 Image gemacht und das ist alles irgendwie so ein bisschen komisch da also vielleicht ist das so ein Punkt wo die Unterstützung nicht so gut ist wie bei dem Raspberry Pi OS ja aber es liegt noch rum und die Dinger sind nicht kaputt also mir ist auch selbst keiner kaputt gegangen von den anderen oder selten also ein Kollege hatte das Problem auch mit dem und das lag letztendlich am Netzteil also das Netzteil war irgendwie zu schwach ausgelegt sodass das denn sporadisch immer mal so Fehler hatte und dann auch nach einer Zeit wirklich abstürzt aber kaputt gegangen ist mir zum Glück noch keiner von denen also durch alle Versionen durch alles funktionieren noch ja also ich hatte auch nur einmal eine rauchende SD Karte da dachte ich oh das war es jetzt mit der Gerät habe eine neue SD Karte aus dem Schubfach genommen die mit einer passenden ISO bespielt und hat gebootet als als wäre nichts gewesen hat aber gestunken und gequalmt wie Großer aber auch sehr interessant aber da war es wirklich nur die SD Karte also die hatte richtig so einen schönen Punkt auf dem Plastik also keine Ahnung was da schiefgelaufen ist es ist bis heute nicht triebproduzierbar gewesen aber der Raspberry Pi lief dann immer noch und dann habe ich das einem anderen Kollegen gegeben der spielt jetzt irgendwo bei irgendjemandem noch VPN Server wenn er nicht gestorben ist was ich nicht glaube ja die kriegst du nicht kaputt wie sagt der Bananapai den ich noch irgendwo liegen habe hilft immer noch also dieses Single Bord Computer das war bestimmt das Schlimmste was der modernen Unterhaltungs- oder Konsume-Elektronik passieren konnte die halten ewig ja das muss schnell kaputt gehen also nach der Garantiezeit möglichst schnell weg damit neu kaufen sonst funktioniert das mit diesem Konsum doch auch gar nicht deswegen ja und mit dem Wachstum Wachstum ja gut aber das ist ja ein anderes Thema richtig jetzt geht schon wieder in die Ökonomie Politik das wollen wir auch nicht das sind ganz ganz traurige Abschnitte die machen wir hier nicht auf ne wir wollen heute lieber dass das was was gibt ja sorry ja prinzipiell werden wir mit unseren drei Themen hier auch durch und wir haben jetzt ungefähr auch schon eine Stunde also mit Intro natürlich auch hinter uns gebracht sollen wir heute wirklich mal früher nach Hause gehen also so wir sind ja schon zu Hause ja wir gehen heute früher nach Hause und ich lasse auch heute jeden früher nach Hause ich werde auch heute mal nicht weitermachen im Anschluss weil ja sei da früh raus dementsprechend bin ich müde das würde zu nichts führen genau ja also von daher ja nichtsdestotrotz kommen wir zum zum Abschluss natürlich zum immer gern gesehenen Selbstbeweihräucherungsblog dementsprechend auch wenn er nicht dabei ist Jean mit Linux Guides auf YouTube abonnieren wer es nicht schon hat Hauke auf YouTube mit nicht der Weisheit letzter Schluss abonnieren wer es nicht schon hat wo wir noch bei YouTube sind es gibt noch ein Tux Tage Kanal wo der Podcast dann immer noch hochgeladen wird für alle die ihn hier verpasst haben Spotify ebenso da wird auch der Podcast hochgeladen und die Überleitung zu dir und ja natürlich haben wir dich ja auch noch bei YouTube da gibt es den Saint of Sinner und natürlich hier bei Twitch also hier lasst nein das sind die falschen Vokabeln wieder irgendwann lerne ich es bestimmt noch hier folgt ihr bitte Micha da gibt es lustigen Content jeden Dienstag und Donnerstag Dienstag ist normalerweise dein Spieletag nicht war genau und Donnerstag gibt es eher was techniklastig ist genau und zum Beispiel so ein Podcast genau oder halt diesen Podcast genau Peertube nicht vergessen kommt hier gerade rein stimmt ich habe auch noch Peertube genau da gibt es meine Sachen denn auch ja und bei dem YouTube Kanal der ist eher noch so in der Aufbauphase der muss sich noch finden genau beziehungsweise ich die Zeit das ist ja das ist ja wir machen das ja auch bloß nebenbei ja aus Spaß und Erfreut letztendlich genau gut gut dann haben wir jetzt auch wirklich die eine Stunde gerade gerissen mit ein paar Sekunden sind wir jetzt drüber haben wir noch irgendwelche tollen letzten Worte sowas wie geht raus genießt das schöne Wetter ein bisschen hell ist es ja noch jedenfalls bei mir irgendwie sowas das definitiv ansonsten gesund bleiben beim nächsten Mal wieder dabei sein oder reinhören und macht's gut danke fürs dabei gewesen sein danke dir Hauke fürs dabei gewesen sein danke dass ich dabei sein darf genau und zum Schluss noch den Becher runterfallen und nicht das Tattoo kaputt machen bis zum nächsten Mal müssen wir uns noch so ein Pappschaum besorgen fällt mir gerade ein das wäre nochmal eine Idee den können wir einfach rein retuschieren das geht ja alles ja also so ein Pappaufsteller das wäre mal so eine Maßnahme müssen wir gleich mal gucken den stelle ich mir dann einfach hier in den Hintergrund wenn es nicht zu teuer ist vielleicht kann man sich es immer drucken lassen oder einfach als sponsorigen ja mal gucken und mit Winkehand ja genau ja genug Quatsch zum Ende war genau mit euch wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder lasst es euch gut gehen